Ah! Don Alfredo, was tun Sie hier? Ich bin nicht derjenige, der eine Erklärung abzugeben hat. Ich habe alles gehört. Was ist es, das wir nicht erfahren sollen? Also, ihr heckt doch was aus. Hä? Und? Mut auf! Los, ich höre. Was genau ist euer Plan hier? Über was habt ihr eben gesprochen? Na gut, ich sage Ihnen jetzt die Wahrheit. Nein, nein, nein. Besser ich rede mit ihm, ich kenne ihn länger. Nein, ich will es ihm sagen. Außerdem, Ladies first... Aber Maggie... Völlig egal, wer von euch beiden es mir sagt. Hortsache, ich erfahre, was hier los ist. Ray und ich stecken da in was drin. Ach ja? Geht es noch etwas genauer? Maggie, ich bitte dich, sag es ihm nicht, okay? Ray und ich sind ein Paar. Ehrlich? Hä? Ja, das war doch nur eine Frage der Zeit. Wir wurden doch schon von Luna beim Küssen gesehen, mein Schatz. Es war eine Zeit, es zu sagen. Was für eine freudige Nachricht. Ich bin... Ray, warum haben Sie das nicht früher erzählt? Äh... Wieso? Weil es gerade erst losging. Ja, dann möge es viele Jahre andauern. Diese Neuigkeit muss jetzt gehörig gefeiert werden. Oh ja, ich will eine Party schmeißen. Wir verteilen Rosenblüten im Haus und dann tanzen wir die ganze Nacht. Du im weißen Smoking und ich im Pastell. Äh, aber einen Schritt nach dem anderen. Ja, klar, und der erste Schritt besteht darin, es allen zu sagen. Ach, wie schön, dass wir uns endlich nicht mehr verstecken müssen, mein Mäuseput. Los, kommen Sie, Ray. Hoch, liebe die Liebe. Wie wahr. Schätzchen, schmeckt dir dein Frühstück? Ja. Wieso sollte es ihr nicht schmecken? Immerhin haben wir halb Mexiko hier auf dem Tisch. Also tief einatmen und genieß die Meeresbrise. Du wieder, Miguel. Schmeckst dir doch nicht, Luna? Ich hab's. Wieso machen wir nicht einen Ausflug, wenn du von der Schule zurückkommst? Nur wir drei. Du sagst, wohin? Das wäre doch großartig. Guten Morgen. Guten Morgen. Und, wie geht's? Ein herrlicher Tag heute, nicht wahr? Die Sonne tut gut. Weißt du, Amber, das ist heute ein mexikanisches Frühstück. Es gibt Bohnen, frischen Orangensaft und Eier. Äh, ja, aber wenn ich ehrlich bin, hätte ich lieber einen Schokoladenshake mit Sahne drauf. Oder besser noch, Erdbeeren mit Sahne. Kann mir das jemand bringen? Nein, Amber, tut mir leid. Es gibt nur das, was hier auf dem Tisch steht. Gut, gar kein Problem. Dann begnüge ich mich damit. Na bitte. Ist das mit die Cousine? Bist du noch traurig wegen gestern? Hör mal, das zieht dich jetzt vielleicht runter. Und in deiner Situation würde ich es auch hassen, wenn ich das zu hören bekomme, aber ich hab's dir gesagt. Ich hatte ihr gesagt, dass Matteo nicht der Richtige für sie ist. Amber, ich hab keine Lust, darüber zu reden. Ja, natürlich, wir müssen nicht darüber reden, hör mir einfach bloß zu. Ich will dir aber auch nicht zuhören, keine Lust. Also, ich weiß, du machst im Moment eine schreckliche Zeit durch und bist mega traurig, aber ich muss dir doch sagen, wie ich die Dinge sehe. Amber, bitte. Jetzt ist kein guter Zeitpunkt. Nein, der Zeitpunkt ist richtig, weil sie meine Cousine ist und ich sie mag. Ich möchte helfen. Ich hatte dir gesagt, dass Emilia eine ernstzunehmende Rivalin ist.